Ich möchte Pizza. Lynn trägt zwei Pizzas nach Hause. Lynn sieht Oskar auf der Straße. Hallo, Lynn. Oh, Pizza? Ja, sie ist von dem neuen Italiener da drüben. Ich liebe dieses Restaurant. Jetzt möchte ich auch Pizza. Das Restaurant ist jetzt leider geschlossen. Schade. Du hast zwei Pizzas. Kann ich eine haben? Ich gebe dir Geld. Tut mir leid. Die Pizzas sind für Oma Lucy und mich. Kann ich ein Stück Pizza haben? Nein. Das ist unser Abendessen. Bis bald, Oskar. Jetzt will ich hier wirklich eine Pizza. Oskar nimmt sein Handy. Hallo, Lucy. Hier ist Oskar. Was machst du heute Abend? Ich esse Pizza. Mit Lynn. Möchtest du mit uns essen? Das ist eine fantastische Idee. Danke, Lucy. Schade. Wie findet ihr jetzt neben mir? Oder nicht? Du bist um zu essen? ripped rein. 起來 sind fertig. insisted er I Дед inferrschung. Ich sage dir ich jetzt noch nicht zu haben ist, weil ich erzählenouve, dass die crowd mit mir über Dr. sicher bin jemand classify- Aut�ung. Daivocatliche Här resistant. Ich habe auch nervös. Ich sage das very быстро. Ich sage dir etwas Нет habe. Untertitelung des ZDF, 2020